Wunderschönen guten Tag! Es ist 1880 und wir sind im Krieg mit Mandika-Land. Was auch immer das sein soll, das sind die hier. Wir haben übrigens, ich habe relativ wenig, ähm, tatsächlich, relativ wenig den Koloniegebieten aktuell so ein bisschen Zuspruch gegeben. Aber vor allem hier, französisches Kaiserreich in der Region, sehr, sehr stark vertreten, also hier im Westen von Afrika und halt hier im Südosten sind wir auch gut mit dabei oder im Osten, im Osten, im Südosten. Irgendwas im Osten auf alle Fälle. Der Tempel, also diese, diese Positivisten, die gehen mir auch auf den Sack, Alter. Die sollen sich verpissen, wirklich. Ich habe überhaupt kein Interesse daran. Nebenbei versuchen wir die private Krankenversicherung durchzuballern, das sieht auch sehr, sehr gut aus noch. Noch 41% Erfolgschance. Der Krieg gegen diese, es dürfte gleich vorbei sein. Und, äh, ja, wir werden bald an dem historischen Moment ankommen. Ne. Wo wir, surprise, surprise, keine Schulden mehr haben werden. Inspirieren, Rede, Fesseln, Öffentlichkeit nochmal 15% Erfolgschance. Jetzt sind wir bei 55%. Und nebenbei überlege ich ja, ob wir eventuell Spanien mal besuchen und uns ein paar Kolonialgebiete holen. Und, wobei ich würde auch eher lieber erstmal hier unten, weil die, die langweilen mich jetzt wirklich so hart. Und, äh, die sind Protektorat von Italien. Das heißt, wir müssten hier quasi eine Klienteland-Übertragung machen. Bella Italia hat 65, äh, Bataillon, 1933 wäre Pflichtigos. Das ist Niggis Match. Das ist nicht so viel. Wir hätten automatisch Siam, Dainam, Chiang Mai, Hluang Prabang, Rheinbund, Champasac und Tahiti mit drunter. Und der Rest würde sich wahrscheinlich raushalten. Konstantin würde wahrscheinlich sich auf die andere Seite stellen. Wisst ihr was, wir machen das jetzt auch. Es ist an der Zeit, dass wir den Italienern endlich mal sagen, wer Chef im Ring ist, die langweil mich sowieso maximal. So, außerdem werden wir, äh, ähm, ähm, ah, okay. Äh, 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 ne, das ist, glaub ich, ein bisschen dummisch. Ich möchte nicht so aggro sein, weißt du, ich möchte nicht so, weil ich hätte schon Bock, drauf, ich sag' ich ganz ehrlich. Aber wir würden uns halt hart unbeliebt machen. Erreicht sie ausgestoßen können? Ja, komm, weiß was, scheiß drauf. Sardinien mit dazu. Und Kriegsreparation. So. Schauen wir mal. Ich bin übrigens keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung, wie stark unsere Armee performt. Äh, das ist red. Da sind sie nicht gut. So, schauen wir mal. Schließt sich irgendjemand auf italienische Seite? Schweden. Österreich. Wollte mich jetzt gerade alle verarschen, Alter. Was wollen denn diese Clowns? Wegen dieser scheiß Verrufenheit. Hm. Hm, hm, hm. Glücklicherweise ist Österreich schwach. Schweden ist auch schwach. Die haben jetzt quasi... Oh, warte mal ganz kurz. Die haben quasi Unterstützung von zwei schwachen Nationen bekommen. Ich glaub, die haben ihre gesamte Armee stationiert. Bin ich aber mal gespannt. Das Problem ist, das kann ich... Ah, doch. Ich hab, glaub ich, gar kein Opium. Egal, Jolo. Also, ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen. Schauen wir mal. Die positive Phase, was? Nee, ich hab keinen Bock auf diese positivistischen Dinger da. Wir leben in einem Kaiserreich, da kannst du nichts Positives brauchen. So, jetzt schauen wir mal. Wichtig wär jetzt erstmal, dass wir hier unten dann den Konflikt auch für uns entscheiden. Dass wir die Truppen dann an die anderen Schlachtfelder schicken können. Unsere Freunde sind übrigens auch eingetroffen. Industrielle erhalten, minus eins. Wir machen einfach weiter. Wir werden die Positivisten weiter unterdrücken, so viel wie es geht. Private Krankenversicherung ist schon wieder durch. Und wieder Gummi. Also Gummi hab ich so viel in der Zwischenzeit. Ich glaub, ich weiß gar nicht, wohin damit. 10% Momente. Ah, ist denn wieder Wahlen, oder was? Demokratische Partei. Ich werd mal gucken, dass wir die Demokratische Partei ein bisschen größer machen. Die Partei der Bauern und Landwirte sind mir scheißegal, Alter. Demokratische Allianz, great again machen. Republikanische Partei hab ich genauso wenig Interesse eigentlich drin. Kleinbürger sind eh unzufrieden. So, den Kriegskonflikt hier, den haben wir jetzt relativ gut gewonnen. Scheinbar gehen wir jetzt alle nach Sardinien. Hier gibt's gar keine Front mehr. Das ist ja ganz nice, tatsächlich. Verletzte Landwirte. Ja. Kaum verletzt ein paar Leute. Dann wollen sie auch gleich das Gesetz hier erlassen. Sehr gut. Verluste passt auch. Zweite. Ja, das sieht sehr gut aus. Schweden hat schon kapituliert. Warum? Ah, ja, passt. So. 42% Momentum. Also man sieht schon. Österreich hat auch schon kapituliert. Ja, das Ding ist doch, Alter. Der Drops ist gelutscht, Mann. Wir sind so hart überlegen. Haben die Italien überhaupt noch Soldaten? Wir haben zwar höhere Ausgaben gehabt, aber wir sind halt auch einfach das stärkere Land am Ende des Tages. So, die Wahlen waren sehr, sehr gut. 42% für unsere Sache. 80% Ja, aber 80% legitimiert. Das passt. Damit kann ich leben. Private Krankenversicherungen haben wir auch gleich durchgeballert. Oder auch gleich mit reingeputtet. Ich glaube, ich glaube, ich muss noch ein paar Regierungs... Ähm... Na, wie wischst du schon? Regierungsverwaltungen in Bonn. Nicht viele. So 20 Stück oder so. 15, 15, 20. Griechische Einwanderungswelle. Sardin ist ebenfalls komplett kapituliert. Und nun marschieren wir mit aller Gewalt durch italienische Gebiete. Wir werden das aber noch ein bisschen anders machen. Wir werden Invasion in Roma mit am Start haben. Sicherheitshalber. Man weiß ja nie, ob man vielleicht doch nochmal... Aber ich glaube, das braucht man gar nicht. Nee. Nee, Italien ist durch, man. Die haben absolut keine Soldaten mehr. Hahaha. 2000. 2000 von 25.000. 1000 von 11.000. 2000 von 41.000. Das ist durch. Was ist das denn? Sind es Bücher? Oder Goldbarren? Ist das gut oder schlecht? Nee, da brennt es halt. Bei denen geht es voll hart ab. Bei denen ist übelst der Scheiß am Biene. Ist das überhaupt für eine Flagge, Alter? Na, bei denen qualmt es eine Birne auch, glaube ich. Hahaha. So, wir haben übrigens Sardinien bekommen. Würde ich mal sagen, völlig zu Recht. Steht mir auch legitim, voll und ganz zu. Staats-Atheismus werden wir nicht machen. Da könnt ihr noch so viel tryen. Und wir haben das nächste Mandat erhalten. Da wären wir jetzt dann... Was gibt es denn? Was gibt es denn? Kolonial-MZ3. Gibt uns weniger Verrufenheitserzeugung bei Nebenmächten. Ja, das juckt mich eigentlich überhaupt nicht mit den Erlassen. Schaltest vereintes Baukonglomerat frei. Das liest sich voll interessant. 184.000 plus. Alter. Leute, wir sind rich. Und was fehlt natürlich direkt wieder? Kleidung. Die gehen wir auf den Sack mit der scheiß Kleidung. Ey, ihr habt keine Ahnung, Mann. Wenigstens wirklich am überlegen, ob wir... Wissen wir es jetzt machen? Ich baue mal 10 Stück da. Ich möchte mal bauen. Ich möchte mal wissen. Wir haben das noch gar nicht so wirklich ausprobiert. Und wir haben ja relativ gute Beziehungen mit den USA. Denke ich zumindest. Wir lieben uns doch, ne? Wir haben Verträge. Wir geben Bussi links und Bussi rechts auf die Backe. Die Teilen haben wir jetzt mal kurz gezeigt, wer Chef im Ring ist. Sie dürften wahrscheinlich in Zukunft sich zweimal überlegen, bevor sie sich mit uns anlegen. Unabhängigkeit garantieren, beenden wir. Weil die eh in unserem Machtblocks sind. Und ich gerne etwas mehr Einfluss nochmal hätte. Zusammenhalt droppt aktuell leider ein bisschen. Ähm... Moaska... Ja, Digga, Chido mal kurz, Alter. Ihr seid zwar selber schuld, ne? Die tun so, als ob ich der Böse wäre, aber wir sind sie selber der Böse. Äh, was soll ich jetzt machen? Also. Kambodscha, kann man die Beziehung aufhören zu verbessern, glaube ich. Ja, die sind eh schon herzlich. So, das muss man nämlich leider uns um die Kollegen hier ein bisschen kümmern. Ungern ich das auch mache. Ähm, wo ist Finanzierung eigentlich? Hier. Es geht aber nur, wenn die Beziehungen gut genug sind. Das wird leider eine Weile dauern. Auf jeden Fall ist auch diese schlechten Beziehungen droppt natürlich wieder unsere... Erstmal rausklicken. Äh, droppt natürlich leider unser Zusammenhalt in den Keller. Die haben auch den höchsten Freiheitsdrang, diese Clowns. Ist da noch irgendwas mit mehr Einfluss? Hm. Sechs Jahre dort, der Bums. Äh, das Ganze wird unterdrückt weiterhin. Wird in sechs Jahren ablaufen. Quasi auch nochmal, dass in den nächsten sechs Jahren nichts passiert. Ähm. Okay. Und Verpflichtungen entbinden, werde ich glücklich damit. Okay. Okay, okay. Er dürfte ja nicht für Dänemark ausgehen. Aber Dänemark... Die Schweden sind richtig agroalter. Kriegsziele mit Island, die wollen... Das ist ein Vereinigungskrieg, Alter. Die wollen sich mit allen vereinigen. Auch mit Finnland und so. The fuck? Vor allem, warum... Warum machen die Russen nichts dagegen, ne? Halt. Ich meine, das dürfte doch den Russen bestimmt nicht passen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ah, die Russen sind mit drin, oder? Nee. Nee, sind sie nicht. Finnland hat halt so eine Flagge. Deswegen werden die hier so aufgeführt. Aber Schweden hat überhaupt keine Chance. Aber hätte ich das ein bisschen früher gesehen und ich hätte mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht, hätte ich mir vielleicht wirklich überlegt, ob wir Schweden unterstützen. Bin ich jetzt schon ein bisschen traurig, dass ich das nicht gemacht habe eigentlich? Muss ich wirklich sagen. So, wir bauen jetzt mal alles ein bisschen rauf. Denkt mal an kein Samtuin Bonaparte. Die Hölle auf Erden mal wieder. Aber dann, ja, verzichten wir wieder auf Gummiproduktionen. Ist nicht ganz so wichtig. Wir bauen ja jetzt auch nochmal jede Menge Regierungsverwaltungen. Es sind immer die gleichen Sachen, die fehlen. Kleidung, Stühle, Dünger. Genau, wir bauen jetzt noch die ganzen Dinger in den USA. Und hierbei bauen wir dann auch für uns nochmal fünf. Was war das andere? Stühle. Und Dünger. Dünger und Werkzeug. Und Papier. Oder? Ich glaube, das war Papier. Wir haben natürlich auch schon in manchen Regionen mehr davon. Papier ist auch, also Papier ist ja mit das Wichtigste eigentlich. Müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir nochmal grundsätzlich die Produktion erhöhen können. Nein. Wir könnten hier rein theoretisch was ändern. Auf den Drehventilmotor umstellen. Ja, ich hasse. Ich hasse mein Leben auch. Keine Angst. Ja, ja. Macht nicht immer so viel Faxen. Da kam mir irgendwie gerade so das halbe Abendbrot von vor zehn Stunden wieder hoch. Och, du Scheiße. Aber gut. Man macht ja alles, was man machen muss. Was wir jetzt nochmal machen ist 15, 15, 20, 25, 30. Och, scheiße, Alter. Ja, ich baue gerade 30 neue Bausektoren. Es ist an der Zeit, die Modernisierung unseres Landes auf die nächste Spitze zu treiben. Geil, Alter. Jetzt geht's richtig zur Sache, Mann. Machtburg ist auf 80. Sehr gut. Zusammenhalt wächst. Mwaska, ja. Die werden sich die werden sich früher oder später damit orangieren. Das ist, wie es ist. Preußen hat auch nichts mehr so wirklich auf die Reihe bekommen. Die haben zwar Gebiete basalisiert. Aber seitdem sie da mit den Pommern auf die Schnauze geflogen sind, ist nicht mehr so. Seitdem haben sie nicht mehr so wirklich was hinbekommen, habe ich das Gefühl. So, noch plus 800. Tendenz sinkend. Wir haben aber noch ein paar Regierungsverwaltungen im Hinterhands. Und wir machen jetzt kein Gewinn mehr. Wir sind jetzt wieder im Minus. Ist aber nicht schlimm, tatsächlich. Ihr seht ja, wir bauen ohne Ende. Und auch rein theoretisch, die Privatinvestoren könnten eigentlich bauen ohne Ende, wenn sie denn wollten. Kolonialamts auf drei. Ist ja gut, das wird fürs Wachstum. Plus die Tatsache, dass wir noch mehr Kolonien gründen können. Ja, ja. Aber ich finde doch irgendwie, dass es sehr, sehr wenig Kolonialisten gibt. So außer mir. So gerne schauen wir die ganzen Gebiete doch unkolonisiert sind. Das ist 1882, Alter. Irgendwann wird doch mal hier ein bisschen Konkurrenz kommen bei den Kolonialisten. Kolonialisten, oder nicht? So, Geld durch Staatsdividenden. Ähm. Ähm. Staatsbesitz. Sind das die, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher Sind das die Gebäude, also die Gebäude, die wir anderweitig gebaut haben? Sehe ich das irgendwo genauer? Ne, das ist es nicht 50.000, doch unrealisierte, so steuern, was? Ob ich spinn? Staatsdividenden Wir sehen halt nur, wer was bringt Ich habe zum Beispiel jede Menge Tuchfabriken gebaut Schauen wir mal kurz Gebäude Tuchfabriken Wo sind die USA? Sorry Missouri ist USA Ohio Das müsste man Wir bauen jetzt erstmal unser Zeug fertig Und dann testen wir das nochmal ein bisschen genauer Ob und wo und wie, was das uns bringt Am Ende des Tages, wenn ich mir das so richtig vorstelle Weil ich es mir vorstelle, wäre es eine super Möglichkeit Quasi unbegrenztes Geld zu scheffeln Ah ne, jetzt bauen wir die Tuchfabriken in New York Warte mal 51.3 Doch, ich glaube, dass das diese Staatsdividenden sind Aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch bei uns mit ist 7.3 7.4 3 7.6 9 7.7.5 Jetzt ist es wieder runter auf 7.4 3 Obwohl ich hier jede Menge von dem Zeug gebohrt habe für die USA Jetzt ist es wieder auf 6.000 runter Übrigens, die Verbrauchsteuer macht 170.000 aus, Alter Immerhin haben wir in der Zwischenzeit immer 258.000 Loyalisten Ja, auch nicht gedacht, dass wir das mal haben Aber die Regierung kriegen wir immer noch nicht auf rechtmäßig So, da wäre rein theoretisch Interesse am Freihandel Aber ich weiß nicht, ob ich Bock auf Freihandel habe Besteuerung ist Optimum aktuell Können sogar wieder zurückgehen auf Kinderarbeit, by the way Aber das machen wir nicht Das ist das Beste, was wir haben können, öffentliche Schulen Ne, ich glaube, das passt soweit von den Gesetzen her eigentlich alles Gibt noch einen einheimischen Aufstand Ähm Wo genau ist der? Hier unten Die Armee löse ich auf Für die habe ich keinen Bedarf Wenn wirklich, dann Hebe ich mir selber eine neue Armee aus Gut, Freunde Damit sage ich an der Stelle Ciao mit auch Wir sehen uns nächstes Mal wieder Zu Victoria 3 mit Frankreich Macht's gut Tschüss Ich kann natürlich nicht Marcel die Sorry Da Das kaputtatert